Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution 2 News Video. Dan Frontier hat auf den Social Media Kanälen dieses tolle Bild gepostet. Dinosaur Tracking Quest, also wir sollen rausfinden, zu welchen Dinosaurier dieser Schweife gehört. Und was wir sehen können, ist auf jeden Fall, dass er gefiedert ist. Und das ist kein Dinosaurier, den wir aktuell im Spiel haben. Also das ist nicht der Moros, das ist nicht der Oviraptor und das ist auch nicht der Pyroraptor. Das heißt für uns, das hier muss ein neuer Dinosaurier sein, also eine neue Spezies oder eine neue Variante. Und jetzt ist natürlich die Frage, welcher Dino könnte das sein? Es könnte zum Beispiel der Ornotymimus, heißt er glaube ich, sein. Der wäre dann eine neue Spezies, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das würde auch ganz gut passen von der Schweifform. Aber es kann natürlich zum Beispiel auch eine Variante von dem Gallimimus sein oder von dem Trutiumimus. Einfach so eine gefiederte Version, das könnte ich mir auch vorstellen. Aber ich glaube dennoch, dass es eher eine neue Spezies sein wird. Weil vermutlich ist es ja der erste Hinweis auf das kommende DLC. Und das wird ja bestimmt ein Dinosaurier-Pack werden. Und da macht natürlich eine neue Spezies ein bisschen mehr Sinn. Wäre ganz cool, wenn wir dann vielleicht so ein gefiederte Dinosaurier-Pack oder so bekommen. Das würde ich cool finden, das wäre echt nice. Aber es kann natürlich auch was ganz anderes sein. Das sind alles gerade so ein bisschen Spekulationen. Aber ich denke mal, mit diesem Bild wissen wir jetzt auf jeden Fall, dass wir auch zu dem kostenlosen Update, was ja letztes Mal schon angeteast wurde, ein neues DLC bekommen werden. Und das hier ist der erste Hinweis. Also wir werden wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch mit weiteren Hinweisen versorgt werden. Und ich denke mal auch, dass die das bald auflösen, wozu halt hier dieser Schweif gehört. Ich freue mich schon darauf. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und mich würde mal interessieren, was ihr denkt, welcher Dinosaurier das ist. Mal schauen, wie viele es von euch richtig erraten. Ich kann es natürlich jetzt noch nicht auflösen. Das werden wir erst in den nächsten Tagen sehen. War jetzt auch eher ein kurzes Video, aber ich wollte euch das dennoch nicht vorenthalten. Würde mich jetzt auch über ein Like freuen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi.